Ja, hallo liebe HC-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von HCE-TV. Wie immer bin ich nicht alleine. Wir hatten eben die Pressekonferenz zu unserem nächsten Heimspiel am Samstag um 20.30 Uhr gegen Frischauf-Göppingen. Und mit dabei war auch unser Halblinker Nico Link. Nico, es ist gerade ein paar Stunden her, da bist du mit deiner Mannschaft von BHC wieder zurück nach Hause gekommen. Ich glaube, drei Uhr nachts war es. Konntest du schon so ein bisschen Revue passieren lassen, was da gestern passiert ist? Ja, wir hatten ja gestern auf der Heimfahrt lang genug Zeit, haben uns auch in der Mannschaft viel darüber unterhalten und versucht so ein bisschen aufzuarbeiten. Ja, am Ende muss man klar sagen, dass wir gestern einfach in der Abwehr über 60 Minuten nie einen Zugriff auf das Spiel bekommen hatten, konnten unseren Torel dann nicht entscheidend helfen. So war das einfach aussichtslos, weil wir eigentlich fast jeden Angriff ein Tor bekommen haben und so war es einfach schwierig, das Spiel da zu gewinnen. Ja, jetzt heute ist ja Donnerstag und in zwei Tagen ist schon wieder das nächste Spiel, deswegen gilt es jetzt eigentlich ab heute Abend sich auf Göppingen vorzubereiten und ja, vor allem in der Abwehr anders aufzutreten, als es gestern Abend der Fall war. In der Vergangenheit habt ihr euch ja mit Göppingen schon wirklich oft knappe Spiele geliefert. Was müsst ihr denn machen, damit ihr am Samstag Göppingen bezwingen könnt? Ja, also wie ich schon gesagt habe, wir müssen einfach in der Abwehr deutlich aggressiver zu Werke gehen, als es gestern der Fall war. Wir müssen dann zusammen mit dem Torhüter einfach da viele Bälle erobern und schnell nach vorne spielen. Wenn man die Ergebnisse von Göppingen anschaut, dann ist es ganz klar, dass wir da auf jeden Fall zu Hause nicht der Favorit sind. Wir können das Spiel gewinnen, wenn bei uns viel klappt und wir es schaffen wieder die Arena mitzunehmen, aber wenn man jetzt sieht, dass Göppingen Berlin und jetzt auch Hannover zu Hause geschlagen hat, dann muss bei uns alles klappen, aber das ist unser Ziel zu Hause, dieses Jahr ganz wenig Punkte abzugeben und das ist Göppingen eine Mannschaft, die wir auf jeden Fall schlagen wollen. Und wie gesagt, wir brauchen eine aggressive Abwehr und ein schnelles Gegenstoß bzw. zweite Welle spielen und dann haben wir da eine Chance. Du hast ja schon oft gesagt, ihr müsst aggressiver in der Abwehr spielen. Wie geht man denn da rein? Sagt man sich dann, okay, jetzt packe ich da fest dazu? Also es ist ja schon manchmal einfacher gesagt als getan. Könnt ihr das irgendwie gezielt trainieren jetzt in den nächsten Tagen? Ja, ich meine, ich denke, heute wird viel auf die Regeneration gehen. Wir haben wahrscheinlich alle nicht viel geschlafen, saßen lange im Bus, hatten ein anstrengendes Spiel, deswegen wird es da jetzt speziell darauf zu trainieren wahrscheinlich heute eher schwierig. Ja, was heißt aggressiver spielen? Es geht vor allem darum, sich gegenseitig zu helfen, die Lücken zu schließen. Wenn man schaut, gestern standen wir einfach sehr viel isoliert, sehr viel alleine und haben einfach wenig Zweikämpfe gewonnen. Ja, aggressiver spielen ist manchmal recht einfach und das geht vielleicht zu Hause auch ein bisschen besser mit den Zuschauern im Rücken. Wir werden mal sehen, wir werden auf jeden Fall alles dran setzen, dass es uns besser gelingt als gestern. Ich glaube, das sollten wir auf jeden Fall schaffen, weil da gehört nicht viel dazu. Gibt es denn bei Frisch auf Göpping den ein oder anderen Schlüsselspieler, auf den ihr ganz besonders achten müsst? Ja, ich denke, Knäule auf der Mitte, Sliskovic auf halb links, dazu haben sie mit Kosina einen starken Kreisläufer, haben zwei gute Außenspieler. Ja, es ist schwer, da Spieler rauszuheben, aber ich denke, Knäule und Sliskovic auf Mitte und halb links sind die, auf die man im Positionsangriff sehr gut achten soll in Kombination mit dem Kreisläufer. Aber auch auf halb rechts haben sie gute Wurfkraft mit Schöngard oder dahinter Selenowitsch. Also nochmal, Göppingen ist ein Top-Team, die sind auf jeder Position doppelt gut besetzt. Das ist schwierig, sich da auf einzelne Spieler vorzubereiten. Deswegen, ja, habe ich jetzt eigentlich auch alle Positionen genannt. Von dem her, ja, es gibt da jetzt keinen Spieler, wo ich sage, den kann man jetzt nicht ernst nehmen. Also das ist bei Göppingen definitiv nicht der Fall. Dankeschön. Und wenn ihr dabei sein wollt am Samstag, dann könnt ihr das tun. Und zwar müsst ihr einfach die oben stehende Gewinnspielfrage beantworten. Und wir schenken euch dann Tickets für das Spiel. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Samstag und hoffen, ihr kommt alle in die Halle. Wir sehen uns dann um 20.30 Uhr. Tschüss!